Oh, hast du auf die Presse gelegt? Okay, geländetauglich ist das Ding auf jeden Fall nicht. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Motovlog. Ich habe so ein schönes kleines Motorrad. Moin! Moin! Ich habe so ein schönes kleines Motorrad hier. Ja, das ist cool. Ich meine... Das ist ein Pocketbike, das ist doch. Kindermotorrad. Ich weiß nicht, das nennt sich nicht Pocketbike. Ich weiß nicht, das nennt sich nicht Pocketbike. Nein, 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 oui, oui. Nein, 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 nein. Alter, das geht richtig runter. Film mal hier hinten, wie das runtergeht. Okay, ich versuche das jetzt anzumachen. Ich habe keine Ahnung, wie das angeht. Ich schätze mal... Gashahn auf. Gashahn. Okay. okay stirbt doch nicht wieso geht das nicht immer von selbst hoch er hat gesagt es ist angegangen doch eigentlich schon ein kurzer break und wir gucken ob es gleich läuft wir hatten den benzinhahn falsch ich dachte der muss andersrum gedreht sein um auf zu sein das war das problem luisa dreht jetzt ausgegangen antreten jetzt traute sich das ding nicht anzutreten stark ich muss das ding mal warm fahren dann läuft das auch das ding ist nicht ganz warm das kann sein dass das dann abwirkt wenn das ding nicht warm ist kann sein dass das nicht ganz funktioniert das ding hier hoch macht ne geh mal runter sonst kriegt war das vollgas warte mal ich muss das das muss gas geben dabei ja weil das nur nicht warm ist ja mach ich doch das geht von mir gar nicht oder was das ist so schnell es ist so schnell das ist so schnell aber das ist so schnell Hahahaha Hör, hör, hör. Ah, Hör, hör, hör. Ah, Hör! Ah, Hör. Ah! Meine Weide sind zu lang! Das Ding hat ja gar keinen Bomben. Berg hoch komme ich glaube ich mit dem Ding gar nicht erst. Irgendwas passt doch nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe keine Power. Ah jetzt ist der Joke richtig groß. Jetzt gehts! Alter ist das schnell! Alter ist das so laut! Oh die Nerven sind jetzt genervt. Alter das Ding ist so laut ne? Und nochmal! So jetzt dreh ich hier mal. Alter meine Beine sind definitiv zu groß für das Teil. Alter wenn ich mich umlenke, dann ist es nicht gut. Warte mal da kann ich auf den Acker hier. Einfach das Ding einfach so drehen. Und jetzt! Komm schon! Das klappt nicht! Das klappt nicht! Das klappt nicht! Okay für Gelände ist das Ding zu schwach! Juhu! Kraft in den Beinen! Auf geht's zu Luisa! Wird doch nicht ne Runde fahren! So laut das Ding ne? Übers Gelände! Juhu! 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 Dufe Presse gelegt! Juhu! 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 Ich muss ja kein Stoppy mit dem Ding machen, weil der Schwerpunkt so kacke ist! Stoppy krieg ich nicht hin! Ich bin zu schwer für einen Stoppy! Willst du? Ja, ich kann nicht aus! Hä? Ja! Ja! Juhu! 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 Komm los! Juhu! Das hat jetzt richtig bums! Ja, aber wenn das Ding ausgeht? Das geht nicht mehr aus! Juhu! Juhu! Jetzt wieder? Viel Spaß! Was? Warte mal, warte mal! Juhu! Egal, die Jeans kommt in die Wäsche! Juhu! Juhu! Aber im Gelände ist das Ding nicht stark genug! Dann gehen wir da vorne hin! Oh, ein Video, ja? Kurz Zeit! Komm jetzt einfach, okay? Juhu! 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 Das geht voll ab, ey. Hast du auch Probleme beim Lenken? Ja, das geht echt besser. Ja? Wenn ich einlenke, knall ich gegen das Bein und kann dann nicht weiter lenken. Naja, die sind beide nicht so gut. Jetzt über den Acker. Ja, das Ding kann nicht über den Acker fahren. Es hat zu wenig Power. So ein bisschen Wiese geht noch, aber Acker ist zu viel. Alter, das Ding sitzt fast auf, wenn du diese draufsitzt. Sie ist richtig... Ja, aber du gehst doch tiefer, ne? Wenn Wheely müsste gehen, zieh mal so dein Gewicht nach hinten. Und fahr dann los. Geil. Das Ding ist aber laut, ne? Ja. Darf ich noch eine Runde? Warum? Darf ich noch eine Runde? Darf ich mich noch einmal. Okay. Ich weiß, er soll richtig gespeichern. Oh nein. Ich kann mich nicht gespeichern, aber ich will erst mal nicht verrecken. Fahr einfach. Nein. Go. Ich fahr nicht. Go. Das ist so genial. Das ist so genial. Ich drehe mich jetzt weg, damit die Leute mich nicht angucken. Okay, die Leute sind weg. Alter ey. Luisa dreht immer so umständlich. Einfach Bremse ziehen und einfach Motorrad wegheben. Knieschleifer. Das geht nicht. Was? Ich nehme die Kurve dann nochmal. Das hat sich nicht erzählt. Wie filmen? Was? Muss ich dann da hingehen in die Kurve? Schnell. Knieschleifer. Warum renne ich jetzt so, wenn... Ich hätte das Bild so übelste Sorte verwackelt. Blöde Luisa. Komm her. Jetzt haut dich ab ey. Blöde Luisa. Das Ding stinkt ne. Man riecht richtig das... Zweitaktöl mit. Was? Ich komme. Man riecht richtig das Zweitaktöl da drin. Man riecht das, dass das ein Zweitaktöl da ist, ne? Man riecht, dass das ein Zweitaktöl da ist. Juhu! Alter, ist das laut! Juhu! Oha, da kommt mein Auto entgegen. Hallo! Oh, die Hinterwanse ist so schwach, ne? Ah, ich kann nicht... Ich fühle mich wie so ein Acker auf dem Schleifstein hier. Schaut mal, wie das aussieht. Unnormal. Soll er denn jetzt knieschleifen hier? Ohne Protektoren. Wuhu! Das geht nicht. Wuhu! Ich hab die Vorderabbremse kaputt gemacht. Ich wollte einen Stoppie machen und das Ding ist gerissen. Die ist aber schon so krass. Ja, die ist ein bisschen. Nee, dann möchte ich gar nicht. Alter! Oder? Die Bremse war jetzt... Nee, jetzt geht sie wieder. Es geht sie wieder. Willst du? Ja. Okay. So. Leute, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieser kleine random Pocketbike-Vlog mal so gefallen. War auf jeden Fall witzig. Schreibt mal, ich würde mal sagen, schreibt mal eure Ideen, was man so mit dem Ding noch machen kann. Also Gelände habt ihr jetzt gesehen vorhin. Ist ein bisschen schwierig. Weil das Ding hat nicht genug Power, um da irgendwie zu fahren und ich komm kaum auf den Boden. Was kann man mit dem Ding noch machen, Leute? Schreibt es in die Kommentare, was wir als nächstes mit dem Ding machen. Und dann, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Monovlog, Leute. Tschü-tü-tü!